Der Eindruck mag bei dem einen oder anderen entstehen, dass damals, als die Gebote gegeben wurden am Berg Sinai, an Mosche und an das Volk Israel, dass der Glaube sehr harsch war, man konnte ihn kaum leben. Manche predigen das. Manche werden sagen, dass die Gebote wurden gegeben am Berg Sinai, um zu beweisen, dass man die Gebote gar nicht halten kann. Man braucht Gnade, man braucht viel mehr. Das war hier nur sozusagen ein Vorgeschmack, auf was uns noch erwartet. Es sollte beweisen, dass es so schwer ist, zu Gott zu kommen eines Tages, aber, wird man dir sagen, fälschlicherweise, im Zeitalter des Neuen Bundes oder des Neuen Testaments, wie man auch immer es ausdrücken möchte, da ist der Zugang zu dieser Gnade viel einfacher. Gott hat jetzt die Gnade gegeben durch seinen Sohn. Amen. Gepriesen sei der Herr, dass er uns seinen Sohn geschickt hat. Und jetzt, sagt man dir, ist alles viel einfacher. Damals war es grausam. Es war sehr harsch und sehr mühselig. Da muss man sich schon vor der Steinigung fürchten und jede Sünde musste da mit Blut gesühnt werden. Aber das ist alles nicht mehr so, wird man dir heute sagen. Und es ist ein verkehrtes Denken. Ganz so einfach ist es nicht. Es stimmt, dass wir jetzt kein Sanhedrin haben oder ein Gremium von Priestern oder Richtern, die jetzt da sofort eine Steinigung aussprechen können, wenn die Zeugen ausreichend vorhanden sind. Aber die Parameter haben sich nicht groß geändert, wenn überhaupt. Okay. Es hat sich geändert, dass wir hier nicht sofort eine Strafe sehen, aber die Grundlage ist die gleiche. Denn die Bibel warnt davor, es ist in der Tat möglich, den Glauben zu verlieren. Die Chance auf das ewige Leben zu verwirken. Die Warnung spricht die Bibel ganz deutlich aus. Das ist eine falsche Lehre, die rumkursiert, dass nichts kann dir mal passieren, wenn du an Jesus glaubst. Oder man kann es gar nicht so weit treiben, dass man abfällt vom Glauben. Paulus sagt, ein großer Abfall vom Glauben ist die Prämisse, bevor der Antichrist offenbart wird. Macht das Sinn? Viele werden vom Glauben abfallen. Ganz viele. Viele werden keine Chance mehr auf das ewige Leben haben, obwohl sie an Jesus geglaubt haben. Das gibt es. Vielleicht kennst du Menschen, die haben mal sogar Jesus gepriesen in der Gemeinde. Und eines Tages stehen sie vor dir und sagen dir, dass sie glauben nicht mal, dass Jesus existierte. Oder sie verlassen die Gemeinschaft und sagen, Jesus ist gar nicht der Erlöser, es muss einen anderen Weg geben. So, ich kenne nicht das tiefste Netzwerk, wann Gott wo noch Gnade schenkt. Es ist auch nicht unsere Aufgabe herumzugehen, um zu fragen, ist der jetzt abgeschnitten, ist die jetzt nicht mehr im Glauben, sondern schau auf dich, denn die Chance ist sehr reell. Wie es dem einen passiert ist, kann es auch dir oder mir passieren. Es ist etwas, was du sehr beachten musst, okay? Deine Verbindung zu Gott und der Glaube an Jeschua ist etwas Praktisches, Reelles. Da ist die Chance da, okay, ich würde sogar sagen, mehr ist die Chance da, vom Glauben abzufallen, als dass man wirklich im Glauben bleibt, aufgrund dessen, dass die Pforte so schmal und so eng ist. Durch die Gnade Gottes werden wir überdauern und überstehen, aber es ist schon eine Warnung an uns, die da ausgesprochen wurde. Fangen wir mal so an. Als die Gebote gegeben wurden am Berg Sinai, was für ein Volk war an dem Tag präsent? Wusste jetzt keiner aus den Israeliten, dass man nicht mordet? War dies das erste Mal, dass sie es verstanden haben, dass man kann nicht zu der Frau des Nächsten eingehen? Hatten die vorher gedacht, dass das Klauen und Diebesgut zu haben sei in Ordnung? Nein, es gab schon ein moralischer Kodex, ein Fundament war schon da. Die Tora zeigt jetzt auf, was würde passieren, wenn trotz dieses vorhandenen Kodex Fehler jetzt meinetwegen im Folge passieren. Wie würde man das wieder in die Gleichgewicht oder in das Gleichgewicht bringen? Wenn man allerdings so weit geht, dass die Gemeinschaft gefährdet wurde, weil man zu tollkühn war, durch zum Beispiel das Ermorden seines Nächsten, weil man einfach sauer war. Oder man hatte jetzt Lust drauf gehabt auf Ehebruch und man geht einfach zu der Frau seines Nächsten. Wenn man so weit geht, da gab es keine Sühnung mehr in derselbigen Tora für eine solche Sünde. Macht das Sinn? Das heißt, die Tora war jetzt nicht da, um das Volk erstmal aufzuzeigen, dass Morden und Hexerei nicht gut sei. Manche Dinge wurden mir erklärt, ja, in der Tora, dass das Volk verstehen soll, woher diese Dinge kommen. Der Herr möchte es nicht. Aber mit vielen von den ganzen Sachen aus der Tora war das Volk schon vertraut. Das Volk wusste, diese Dinge tut man nicht. Jetzt sagt dir die Tora, wenn du so weit gehst, ja, dann kann diese und diese Konsequenz da auf dich warten. So, die Gebote selbst, wenn du schaust, wie die aufgeteilt sind, die ersten vier Gebote handeln darum, dass Gott unsere höchste Autorität ist. Er ist Nummer eins. Wenn man den Namen Gottes flucht, da gab es keine Vergebung, da musst du dich zum Priester gehen, um hier nach Sühnung zu fragen, da wurde jemand gesteinigt. Im ersten Testament. Haben sich die Parameter jetzt geändert? Kann jetzt jemand den Namen Gottes fluchen und dann kommt er vorn? Okay. Wenn jetzt hier jemand so weit geht, haben wir jetzt gesagt, dass er diese Gesellschaft in Gefahr bringt, durch irgendwas Tollkühnes, und da gibt es so viele Beispiele für in der Schrift. Wenn das Tier eines Menschen stößig war und es ging herum und hat Menschen verletzt und er wurde gewarnt und er nimmt dieses Tier nicht in Schacht, und eines Tages geht dieses Tier raus und stößt wieder und tötet jemand, dann stirbt der Besitzer. Wenn man klaute, dann musste man das Vierfache zurückgeben, wenn es ein Schaf war, das Fünffache, wenn es ein Rind war. Das konnte sehr teuer sein. Wenn man es nicht abzahlen konnte, musste man sich sieben Jahre versklaven, als Ovet oder als Diener arbeiten, bis die Schuld abgezahlt war. Ja, von wegen ich sage, es tut mir leid und dann geht das Leben weiter. War nie Grundlage der Tora, ist nie die Grundlage, heute auch. Und ich gebe dir gleich ein paar Beispiele. Menschen würden dir heute sagen, aber wir sind doch Christen, wir müssen alles wieder gut machen lassen, denn hat doch Jesus selbst gesagt, als die Frage gestellt wurde, wenn mein Bruder bis siebenmal am Tag gegen mich sündigt, soll ich ihn immer vergeben? Da war die Antwort nicht nur siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Na klar, in einem Bereich, wo Vergebung und Wiederherstellung möglich ist, aber es gibt Dinge, da ist die Wiederherstellung kaum oder gar nicht mehr möglich. Gib dir ein paar Beispiele, du wirst es verstehen. Die Parameter sind die gleichen. Also, als die Gebote gegeben wurden, das Volk hatte schon ein moralisches Verständnis und wenn man über gewisse Stränge jetzt da schlagen würde, man übertritt Grenzen, dann gibt es keinen Weg zurück, keine Vergebung für. Gut. Das fünfte Gebot, Ehre Vater und Mutter. Jetzt werde ich nicht jeden Bibelfers hier lesen. 5. Mose 17, 5. Mose 18, 5. Mose 21. Da lieste, dass wenn man auf den Priester oder auf den Richter nicht hört oder wenn man auf den kommenden Prophet, 5. Mose 18, das ist Jeschua, wenn man auf den nicht hört oder wenn man auf die Eltern nicht hört, okay, in allen diesen Fällen, wenn man auf die Autorität nicht hört, die menschliche Autorität, die Gott gesetzt hat, damit die Gesellschaft intakt bleibt, dann gab es keine Vergebung, dann gab es keine Sühnung am Altar. Dann gab es die Steinigung. Wenn man tötet, gab es die Steinigung. Wenn man die Ehe bricht, man geht zu der Frau des Nächsten ein, da gab es die Steinigung, da gab es keine Sühnung für. In der heutigen Zeit sagt man, aber Gott sei Dank für die Gnade, alles so liberal. Und dann siehst du Videos von Ehepaaren, die haben sich bedrohen gegenseitig und propagieren jetzt die Liebe Gottes, dass jetzt ist alles wieder möglich und alles ist wie vorher, weil die Liebe Gottes hat alles wieder hergestellt. Ich werde es nicht predigen, dass jemand ist dazu angehalten, seinen Partner zu vergeben, wenn der Ehebruch begangen hat. Ja, Matthäus 19 sogar, das war die Prämisse, wo Jeschua sagt, außer wegen Hurrei oder Unzucht oder Ehebruch, gibt es keinen Grund, die Ehe zu brechen. Das heißt, die Ehe ist in Ehren zu halten, steht im Hebräerbrief, und Ehebrecher und Unzüchtiger wird Gott richten. Ist also etwas Gravierendes. Also solche Videos so rumkursieren, die angeblich die christliche Liebe zeigen, ich kann es nicht verstehen. Ich werde es nicht predigen, dass jemand das machen muss. Wenn er sagt, dass er hat es auf dem Herz, dass Wiederherstellung möglich ist, das muss er wissen. Aber das ist nicht, wie die Grundlage der Bibel geschaffen wurde oder an uns übermittelt wurde. So, so einfach zu sagen, der Zugang ist jetzt möglich. Ich gebe dir mal ein Beispiel, bevor wir weitermachen. Du bist in einer Gemeinde, ein Pastor, alle Menschen haben diesen Mann vertraut, und er ist verheiratet, er hat Kinder, er war ein Vorbild. Eines Tages kommt es raus, er hat eine Affäre gehabt mit der Frau von einem Mitglied aus der Gemeinde. So, könnte dieser Pastor jetzt einfach munter weitermachen? Würdest du ihm weiterhin vertrauen? Würdest du sagen, das ist die Gemeinde, wo du noch weiterhin sein solltest? Würdest du sagen, deine Kinder sollen ein Beispiel dran nehmen? Ist das die Aufgabe oder sind das die Merkmale eines Pastors nach 1. Timotheus 3? Dürfte er überhaupt weiterhin im Amt sein etc.? Und selbst wenn er Vergebung erlangt, ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, Vergebung zu erlangen, aber selbst dann haben sich Dinge geändert. Du kannst vielleicht diesen Menschen nicht mehr mit den gleichen Augen anschauen, obwohl du vielleicht sagst, ich trage nichts nach. Also deswegen habe ich am Anfang gesagt, ganz so einfach ist es nicht, zu sagen, man vergibt einfach und alles geht weiter wie vorher. So, was möchte Gott überhaupt? Hier steht drin, wie wir zu leben haben, denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Heilandgott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist, was Gott möchte. Jeder Mensch soll errettet und erlöst werden. Das ist, was Gott will. Jeder Mensch soll errettet und erlöst werden, denn die Chance und das Potenzial ist da. Die Tatsache aber ist, dass die Menschen, die meisten werden es nicht tun. Okay? Sogar wird der Abfall kommen als Promisse dafür, dass der Antichrist offenbart wird. Ja? Potenzial ist da, die Menschen werden es nicht nutzen. Das ist, was in der Schrift steht. Wenige sind es, die zum Glauben finden. Die Pforte ist eng und schmal. Okay? Gott will, dass alle Menschen errettet werden, aber der Mensch hat auch mitzuwirken. Die Parameter haben sich nicht geändert. Ist auch das Leid der gesamten Menschengeschichte. Potenzial ist so viel da. Du siehst Kinder heranwachsen und der eine wollte Musiker werden, der eine war sprachbegabt, der eine wollte Goldschmied werden. Zehn, 15 Jahre später fragst du, was ist aus den Kindern geworden? Der eine sagt nichts. Eltern haben sich geschieden. Er ist andere Wege gegangen. Er wollte ein bisschen etwas ausprobieren in der Welt. Er ist ein bisschen herumgetingelt, ein bisschen WGs ausprobiert, ein bisschen hier gejobbt, Studium nicht beendet, abgebrochen. Und hier in Büsse da als Handlanger gearbeitet, seine Talente nicht mehr eingesetzt. Die Sprachen haben ihn nicht mehr interessiert. Ja, aber es war doch so viel Potenzial da. Du warst doch mal ein begnadigter Saxophonspieler. Ja, aber das habe ich auch dann gelassen und ich habe es dann verkauft eines Tages. Und die Geschichten der Menschen, es ist voll mit Potenzial. Es hätte, es hätte, es hätte. Die Ehe hätte doch bestehen können. Du siehst in deiner Gemeinschaft, vielleicht machst du die Augen auf, du gehst mal auf ein Dorffest und du sagst, wir hätten so viel machen können, statt hier eine Lagerhalle zu mieten, wo wir uns betrinken und sinnlose Lieder singen. Wir hätten Dinge bauen können, schaffen können. So viele Handwerker waren hier. So viele Menschen, die Talente haben. Wir hätten zusammen was machen können, aber es führt oftmals zu nichts. Es ist nur ein riesengroßer Haufen von Potenzial, aber wie viel bleibt am Ende über? Und wenn du dir die Zahlen anschaust, wie viele Menschen verfügen, über das Gesamtvermögen der Welt, dann sind es ganz, ganz wenige, die so viel haben wie die Hälfte der Menschheit. Weil es ist ein Phänomen, das Menschen Potenzial tendenziell nicht nutzen, wenn sie nicht da geleitet werden. Und selbst mit Leitung lehnt der Mensch es ab. Es ist nicht einfach, dass man einfach sagt, jeder kann erlöst werden. Aber das ist der Ausgangspunkt. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Wenn der Mensch aber seine Chance verwirkt, indem er so hart gegen die Gebote geht, da gibt es keine Sühnung mehr für. Macht das Sinn? Aber sagst du im Neuen Testament, das ist nicht der Fall. Egal was man tut, kann man umkehren. Und ich sage dir, es ist nicht ganz so einfach. Weil wir kein Sanhedrin mehr haben oder kein Gremium, was sofort jetzt eine Steinigung ausspricht, weiß man nicht, wer schuldig vor Gott ist und wer nicht schuldig vor Gott ist. Ist auch nicht unsere Aufgabe. Du kannst doch für dich sagen, ich glaube, du hast jetzt hier wirklich über die Maße heraus oder hinaus jetzt hier gehandelt. Ich trage dir nichts nach, aber das geht so nicht weiter. Ja, das muss Gott entscheiden. Er wird in seinem Netzwerk und in seiner Barmherzigkeit und in seiner Weisheit entscheiden. Aber ich kann sagen, mit dem, was jetzt passiert ist, ist es schwer, wieder Vertrauen aufzubringen. Es ist schwer, nochmal zu sagen, wir raffen uns aus, wir machen das nochmal, nachdem du jetzt nach 15 Jahren mich die ganze Zeit bedrohen hast im Geschäftswesen. Jetzt soll ich nochmal sagen, wir starten nochmal neu. Ich sage einfach, weißt du was, ich gebe es ab. Finde du deinen Frieden, aber wir können nicht nochmal das aufbauen, wie vor 15 Jahren. Die Zeit ist jetzt vorüber. Wir leben nicht ewiglich. Chancen vergehen. Der Glaube kann verwirkt werden. Viele Menschen werden abfallen, bevor der Antichrist kommt. Achte also nur auf dich. Schau nicht, was die anderen machen. Das ist mein Rat. Schreib keine E-Mails. Ich glaube, mein Bruder, ich schau auf dich. Bete da, wo du denkst, du kannst noch beten. Ansonsten schau auf dich. Es ist eine reelle Chance, dass jemand auch im neuen Bund so weit geht, dass keine Heilung mehr möglich ist. Und ein typisches Beispiel dafür wäre der Kain. Er fällt nicht sofort tot um. Gott setzt ein Zeichen auf den Kain. Stört keiner an dem Tag? Nein. Er geht, er heiratet, er gründet eine Stadt, er benennt diese Stadt, er hat Söhne, er hat eine Generation, die nach ihm kommt, die, wenn er mit Arbeiten und Dinge zu tun haben. Aber er ist abgeschnitten. Gott hat mit ihm nichts mehr zu tun. Aber sogar in den Namen seiner Kinder ist der Name Gott noch präsent. Als ob er zu Gott gehört. Gott wird am Ende der Tage vor dem Thron das klären. In der Zwischenzeit lebt er noch, isst Nudeln, geht vielleicht auf Toilette, geht mal zum Sportfestival etc. Aber er hat nichts mehr mit Gott zu tun. Priest mal Jeschua ganz laut in der Gemeinde. Jetzt geht er einen anderen Weg und sagt, den Herrn gab es gar nicht. Es ist gar nicht der Löser. Was sagt die Bibel dazu? Keine Möglichkeit umzukehren. Wird der Mensch noch eines Tages zu Gnade finden? Nochmal, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, für das was ich weiß, was ich jetzt wahrgenommen habe, so muss ich jetzt handeln. Okay, vor meinem Gott. Okay. Jetzt gibt es aber die Frage, was ist, fange ich mal an mit, das was wir gesagt haben, Hebräer 10. Und ungefähr ab 24. Hier steht, und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken. Warum Acht haben? Warum müssen wir uns ständig anreizen? Naja, weil das der Auftrag ist. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahmen seht. Denn wenn wir mit Willen, Sündigen, Mutwillig, nachdem wir die Erkenntnis der Weid empfangen haben, das ist jetzt das Neue Testament, wo Menschen sagen, alles ist einfacher, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Wenn jemand in der Rebellion bleibt, es sieht so harmlos aus, dass er ständig seine Frau missachtet und dass er nicht auf sie aufpasst, obwohl sie auf Papier verheiratet sind. Es sieht so harmlos aus, dass sie ständig gegen ihren Mann rebelliert und sich lustig macht über ihn und alle lachen und sagen, wie süß und niedlich. Aber vor dem Thron Gottes wird das gerade hier verzeichnet, was passiert. Das ist ja eine Sünde, so zu handeln und das heißt, wenn wir aber weiterhin mit Willen Sündigen kommen, dann nicht raus. Nachdem wir die Erkenntnis der Weid haben, nachdem es offenbart wurde durch den Geist, durch die Schrift, durch den Lehrer, durch den Pastor. Auch in diesem Neu-Modernen, da gibt es diesen Unsinn. Ich habe schon mal aus dem Umkreis oder aus dem Umfeld gehört, wir treffen uns jetzt irgendwo, wir haben jetzt keinen Leiter mehr, wir haben jetzt eine Art von Gemeinschaft gefunden und wenn du fragst, naja, aber wer gibt jetzt die Leitung an? Wer gibt da die Anregung? Wer legt das Wort aus? Keiner. Jeder kommt, jeder liest ein bisschen, jeder gibt so Zeugnis, jeder bringt so ein bisschen was mit und dann treffen wir uns, also ein Unsinn. Also ein Quatsch. Das ist Anarchie und Chaos. Das ist nicht der Geist Gottes, da ist keine Gemeinschaft von Gott unterwegs. Aber rebellische Menschen sagen, nein, nein, wir sind alle gleich vor Christus. Jaja. Wir brauchen Aposteln, wir brauchen Lehrer, wir brauchen Pastor, wir brauchen Leiter, wir brauchen Lobpreisleiter, wir brauchen diese Menschen, die von Gott inspiriert wurden. Weil sonst hat jeder etwas zu sagen, man wüsste gar nicht, da sind sieben Leute im Raum, jeder hat eine Meinung, auf wen hört man jetzt? Okay? Das ist immer unter dem Deckmantel, dass alles gut und friedlich ist. Wir treffen uns und nein, nein, wir haben es nicht so gern, dass jemand hier etwas sagt. Wir, so jeder, müssen nochmal die Frauen reden. So bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, dass die Widersacher verschlingen wird. Pass auf. Jemand, der das Gesetz Mose verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen, haben wir vorhin erklärt. Wie viel ärgere Strafe, meinet ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Also die Bibel warnt davor, mit den heiligen Sachen herumzuspielen. Ja? Lass die Sünde sein. Räum auf, da wo du aufräumen musst. Hör auf, mutwillig zu sündigen. Es ist furchtbar, in die Hände des lebenden Gottes zu fallen. Ja, weil ich bin doch im Glauben. Ich habe doch schon vor dem Altar in der Gemeinde bekannt, dass Jesus der Herr ist. Ich bin doch jetzt erlöst, sagt man. Ich wurde doch getauft. Naja, aber du missachtest deine Frau. Oder du gehst gegen deinen Mann. Oder du kümmerst dich nicht um dein Haus. Oder du bist in der Hurei. Oder du betreibst Unzucht. Okay? Lebst da unverheiratet mit jemandem und sagt, naja, eines Tages wird das noch. Bis dahin haben wir noch Zeit. Menschen, dieses Thema mit Potenzial. Aber Menschen machen es nicht. Weil der Augenblick ist zu wichtig. Man müsste aber sagen, im Augenblick muss ich schauen, jetzt müsste ich mich kreuzigen, weil das geht gegen Gott. Immer wenn ich weiß, das geht gegen Gott, mein Fleisch rebelliert, müsst du jedes Mal, ja, die Option nehmen, das Fleisch muss gekreuzigt werden. Denn eine Sache führt zu Nächsten. Und wenn es zur Gewohnheit wird, man kriegt es gar nicht mehr mit. Paulus spricht auch über das Thema. Irgendwann kriegt der Mensch es gar nicht mehr mit. In manchen Gemeinden fragst du dich, wann war der Zeitpunkt, wo dieser Zyklus jetzt einsetzte, dass Menschen so leben und glauben sind, immer noch im Glauben, aufgrund dessen, dass sie dort die Bibel lesen und nur das machen. Aber vom Lebensinhalt her, vom moralischen Charakter her, vom Kodex her, kannst auf die Leute nicht zählen oder sie lügen oder sie machen dies oder jenes oder tun unlautere Dinge oder lästern oder beklauenden Chef oder schreiben da falsche Stunden auf oder sind keine gute Sachwalter. Viele, viele Dinge vom Charakter her, aber die lesen Bibel. Okay? So, die kippen nicht sofort um und werden bestraft, aber dieser Zyklus und diese Menschen werden weiterhin, ja, gedeihen und wachsen, bis eines Tages das Gericht gehalten wird. Das ist die große Gefahr. Deswegen musst du scharfsinnig sein und bewusst leben, jeden Tag aufs Neue, denn die Parameter haben sich gar nicht geändert. Es gibt Dinge, selbst im Neuen Testament, wenn du die tust, haben wir gerade gelesen, wenn jemand nun gegen den Herrn geht, nachdem er erleuchtet wurde, dann gibt es kein Zurück. Jetzt kann dieser Vers Angst einjagen und ich weiß warum, das ist Hebräer 6, 4, hier steht, denn es ist unmöglich, unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, indem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. Okay? Denn das Land, welches den häufig über dasselbe kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dorn und Dissen hervorbringt, so ist es unbewährt uns dem Fluche nah und ein Ende ist die Verbrennung. Okay. Jemand bekommt jeden Tag die gute Lehre, er könnte jeden Tag aufs Neue kannst du umkehren. So. Trifft es auf mich jetzt zu, würdest du sagen, ich habe das Gefühl, dass ich hier das hier schon verwirkt habe, ich habe die Antwort nicht für jeden einzelnen Fall, aber ich glaube tendenziell, dass wenn der Mensch sich hier Gedanken drüber macht, das bin ich jetzt abgefallen, habe ich keine Chance mehr, dass das eigentlich der Beweis ist, dass er noch eine Chance hat. Warum? Weil sonst würde er sich gar nicht mehr drum kümmern. Wenn jemand noch Gott gefallen möchte, das kommt aus dem Geist Gottes. Der Mensch aus sich heraus würde nie sagen, ich möchte Gott gefallen. Deswegen, ich würde sagen, sei guten Mutes, wenn du sagst, trifft es auf mich zu, kann ich was besser machen. Der Herr ist groß und gnädig, er möchte nicht, dass irgendeine Seele umkommt. Die Gefahr hier ist, dass man es verwirken könnte. Man nutzt die Chance nicht. Also, kehre um, von welchem Unsinn oder Sünde auch immer in deinem Leben ist und fange an, das zu tun, was Gott sagt. Die Parameter sind die gleichen. Haben wir gerade gelesen. Unter dem Gesetz Moschee ist jemand umgekommen unter zwei oder drei Zeugen, wie viel mehr, wenn das Blut des Christus verschmäht. Ja, und man verschmäht das Blut des Christus, wenn man jeden Tag sagt, man ist auch in einer Bibelgemeinde und man lebt nicht, so wie Gott es möchte. Also, es ist eine ernste Sache. Es ist nicht Gnade für jeden da und jeder bekommt Gnade und es kann nichts mehr passieren. Es kann sehr wohl was passieren. Die Bibel warnt, sei wachsam und hab diesen, diesen Leitsatz vor Augen. Es ist möglich, das Heil zu verlieren. Hier sagt doch der Autor, dass die sind dann abgefallen, obwohl sie die Gaben geschmeckt haben und abgefallen sind, haben den Glauben den Rücken gekehrt. Judas ist ein solches Beispiel. Man würde jetzt zwischen Judas, der abgefallene Apostel, und Petrus sagen, dass der Unterschied war, Petrus kehrte um, nachdem er auch Jeschua verleugnet hatte. Judas hat ihn ja regelrecht verraten, verkauft, Petrus hat aber den Herrn auch verleugnet. Viel, naja, ist der moralische Import von den Judas ganz anders, würde man sagen, ja. Aber im Prinzip war es auch eine Sünde, den Herrn zu verleugnen. Jeschua hat es vorausgesagt. Das Herz und der moralische Aufbau von Petrus war aber anders. Er kehrte um. Judas kehrte nicht um. War jetzt bestimmt dazu nicht umzukehren. Naja, irgendwann ist es so, dass der Mensch sich selber aus der Gnade Gottes heraus katapultieren würde. Er bringt sich so weit ins Abseits wie bei keinem, der einfach nicht Buße tut und dann Stück für Stück mehr da rauskommt. Er kommt nicht mehr in die Gesinnung und dann ist er bestraft. Wie bei Pharao. Er kehrt nicht um, ist sein Herz verhärtet und dann gibt es keine Gnade mehr. Aber an dem Tag ist der Pharao nicht tot umgefallen. Auch an dem Tag ist der Judas nicht sofort tot umgefallen. An dem Tag ist der Kain nicht sofort oder der Ischmal oder der Esau oder andere aus der Schrift. Nicht sofort an dem Tag gab es die Strafe, aber irgendwann am Ende der Kette gibt es die Abrechnung. Macht es Sinn? Also, es ist sehr, sehr wohlmöglich, dass man abfällt. Es ist eine große Gefahr. Achte auf deinen Weg. Die Parameter sind die gleichen. Man kann Dinge tun, wie auch mit dem Beispiel des Ehebruchs, dass jemand da nach 20 Jahren Ehe erfährt, dass der Partner betrügt. Kann man einfach munter weitermachen. Wenn jemand dich so öffentlich beleidigt hat und Briefe gegen dich geschrieben hat und sich deinen Namen überall bereitgetreten hat und jetzt kommt und sagt, Bruder, es tut mir leid. Du kannst sagen, du, weißt du was, ich trage nichts nach, aber wir können nicht so weitermachen wie vorher. Menschen sagen, lass doch alles das beiseite und wir machen wie vorher einfach weiter und du sagst, es geht gar nicht. Es braucht vielleicht viel Heilung. Sofort schnips, geht das nicht? Du musst dir vorher bewusst sein, bevor du so handelst. Ja? Das muss dir vor Augen sein, wenn ich jetzt so handel, das könnte die Konsequenz sein, dann musst du bereit sein zu tragen. Es ist nicht immer einfach zu sagen, du kannst einfach von allem umkehren. Also geh behutsam mit diesen Sachen um. Die Gnade ist groß und überschwänglich. Die Gnade ist für dich da. Du kannst zum Glauben finden, aber die Pforte ist auch schmal. Vergess es nicht. Es ist eine schmale Pforte. Breit ist der Weg, der zu Verdammnis führt. Wähle du. Lass uns die schmale Pforte wählen. Ich hoffe, dass der Beitrag dir helfen konnte. Wenn dir das Video geholfen hat, du kannst es gerne teilen. Du kannst auch den Kanal gerne abonnieren. Und wenn du die Arbeit, die ich hier mache, unterstützen möchtest, kannst du auch gerne tun. Die Info dazu gibt es in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir.